Corona zwingt auf uns zum Umdenken. Erstmalig bieten wir unsere Informationsveranstaltung online an, und zwar mit der Kooperation mit der Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche. Diesmal haben wir ein Sammelsurium an ganz tollen Expertinnen. Es ist eine Familienheber mit dabei, eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, eine Ernährungsberaterin, Familientherapeutin und auch Finanzexpertinnen. Unsere Reihe fängt an mit der Auftaktveranstaltung Wo soll eigentlich mein Baby zur Welt kommen in Zeiten von Corona? Es sind keine Kreißsaalführungen möglich. Und dafür konnten wir drei Mütter gewinnen, die live von ihren Erfahrungen für euch berichten. Ihr könnt eure Fragen auch dazu stellen. Dann gibt es noch eine Veranstaltung zum Thema Single Moms. Was brauche ich, wenn ich alleinerziehend werde oder bin? An Informationen rechtlich oder auch finanzieller Art. Es gibt noch eine interessante Veranstaltung vom ersten Löffel und dann los, wo unsere Ernährungsberaterin euch ganz individuell auf eure Fragen eingeht. Oder zum Thema Es schreit und schreit, wenn die Nerven blank liegen. Dazu berichtet unsere Kinder- und Jugendpsychotherapeutin etwas zu Regulationsstörungen, wofür es auch immer Lösungen gibt. Merkt euch, der erste Dienstag immer im Monat. Um 20 Uhr bieten wir die Veranstaltung an. Genauere Themen und Termine sind wir hier.